Ein Affe als Schiedsrichter, ein Hund und ein Bus, sie hinsamen durch den Wald. Da entdecken sie plötzlich eine große, frische Wurst, die mittels auf dem Meer gelang. Irgendjemand musste sie verloren haben. Beide Ziele stößten sich wenig auf die Mose, denn jeder wollte sie für sie alleine haben. Nachdem sie eine Weile unbedingt um den Hund gekämpft hatten, einigen sie sich, einen Schiedsrichter zu befragen. Ein kluger Affe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wenn die Mose verhandeln dürfen. Hund und Fuß zogen also die Schiedsrichter im Streit vor. Der Affe hörte Anmerksamkeit zu. Schiedsrichter sprach er das Urteil. Ich dachte, ich sage, jedem von euch gehört genau die Hose Wurst. Damit zerbrach der Affe die Wurst und legte die Beinteile in die Schale einer Mage. Seine Wurstende war schwerer und erneigte sie, die eine Schale nach unten. Der Affe wird von diesem Stück einen großen Ablauf und flach hinauf. Nun zogen die beiden Teile noch einmal. Diesmal setzt sich die andere Schale nach unten. Abschnapp bis darauf von diesem Teil einen Ablauf. Mit der Prüfung der Affe das Gleichgewicht musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Strick, wo es zu schwer war. Einmal von jedem Teil, bis die Affe ein Strick kam. Jedoch die Waage zeigte nie ein Gleichgewicht an. Die Wurstenden wurden immer kleiner. Die Augen von Hundebruch immer größer. Schließlich Lutschquatsch waren sogar die beiden Wurstzippel verschlungen. Die Wurst hatte lecker geschmeckt. Mit eingetorben Schwanz schlichen den Hund und den Fuß davon. Sie waren so wenig über sich selbst und den Friedensstrick. Dass sie nach kurzer Zeit übereinander herwinden und von neu an wegen zu raufen. Der Affe aber freut sich über längere Mal. Die Wurstfuhl